Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge Art sozusagen mal wieder und zwar will ich heute mit euch eine Protokollanalyse durchführen, warum Telnet eigentlich obsolet geworden ist, also ein altes, nicht mehr aktuelles Protokoll geworden ist und was man eigentlich tun könnte, um Telnet heutzutage noch normal zu verwenden. Und ja, wir wollen, also das ist tatsächlich eine Frage aus einem Jobinterview, die ich auch mal gesehen habe und naja, sagen wir so, damals war es nicht als praktische Frage gefragt, also das heißt man musste es nicht irgendwie praktisch beantworten, aber ich möchte euch natürlich hier die praktische Lösung zeigen und dann auch direkt belegen, warum das eigentlich so ist. Gut, zunächst einmal, wir benutzen Wireshark, ich verlinke euch das alles in der Endkarte natürlich, wenn ihr da ein bisschen mehr darüber wissen wollt und bitte gebt mir natürlich auch Feedback, was ihr zu diesen anderen Challenges so ein bisschen meint und was da eure Meinung dazu ist, ja. Okay, wir wollen anfangen und ich habe hier schon mal ein paar Filter aufgebaut, ich wollte eigentlich Telnet nicht direkt reinschreiben, aber jetzt ist Telnet eben direkt drin, ist auch schön soweit und ja, jetzt lesen wir hier auf Wireshark quasi nur noch den Telnet Traffic komplett mit, das ist auch fein und wir wollen hier mal auf eine interessante Adresse zugreifen, sagen wir es einfach mal so, es ist ein kleines Easter Egg, was dabei rauskommt, towel.blinkenlights.nl, Port23 mit natürlich Telnet. Damit wollen wir quasi alles mitlesen und wenn wir uns das jetzt mal angucken, passiert was wirklich, wirklich cooles. Allerdings, naja, wie gesagt, Telnet ist noch im Einsatz, ihr könnt das Ding auch noch verwenden, allerdings nur noch unter bestimmten Umständen und ja, jetzt sehen wir es sofort. Okay, perfekt, wir sehen es hier, was eigentlich passiert, das ist super geil, eine Animation von Star Wars Episode 4 im Endeffekt und das ist schon wirklich was Faszinierendes, was man so eigentlich noch nie gesehen hat. Ich meine, wer hat schon mal Star Wars in seiner, in seinem Terminal gesehen über Telnet. Aber, das ändert leider nichts daran, dass auch diese Variante hier nicht mehr wirklich aktuell ist und ja, eigentlich kaum mehr verwendet wird. Das liegt hieran. Wir sehen exakt, wenn wir hier auf jedes Telnet Paket draufklicken, dass hier wirklich jeder Traffic komplett lesbar ist, ja. Ihr seht hier wirklich jedes einzelne Frame sozusagen, was wir hier bekommen haben, quasi die ganze ASCII Art, seht ihr hier einfach eins zu eins übertragen. Und das ist natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr Standard, ja. Normalerweise wird Traffic verschlüsselt und zwar jedweder Traffic. Denn wenn dieser Traffic hier nicht verschlüsselt ist, wer könnte ihn dann mitlesen? Nun, es könnte mitlesen, mein Internet Provider, also quasi Unity Media in meinem Fall, beziehungsweise Vodafone, in eurem Fall vielleicht Telekom. Es könnte mitlesen, aber auch jeder, der Zugriff auf mein Netzwerk hat. Sprich, wenn jemand Zugriff auf meinen Router hat, kann er das Ganze mitlesen. Wenn jemand Zugriff auf mein LAN-Kabel hat, kann er das Ganze mitlesen. Wenn jemand, oder wenn ich es über WLAN mache, wenn jemand Zugriff auf WLAN hat, was ja relativ viele sind, dann kann man das mitlesen. Ähm, und ja, also, es ist leider unverschlüsselt. Natürlich, für so eine Star Wars Episode 4 Animation ist es absolut fein. Aber natürlich nicht, wenn ich irgendwie mich einloggen möchte und zum Beispiel Befehle an meinen Server übermittle. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Backup mache und ich muss angeben, wohin das Backup ausgeführt wird auf meinem Server, denn dafür war Telnet ursprünglich mal so ein bisschen zumindest angedacht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, mach mal ein Backup auf, ähm, auf dieses Google Drive, ja. Und der lädt das da hoch, dann kann ich als Angreifer einfach hingehen und wirklich diese Daten hier nicht nur mir angucken, wo dann natürlich auch das Google Drive Passwort sozusagen drinsteht, sondern ich kann auch hergehen und die einzelnen Daten verändern. Das kann ich nicht mit Wireshark machen, dazu brauche ich ein anderes Tool, aber ich könnte hergehen und wirklich einzelne Pakete soweit manipulieren, weil es ja im Endeffekt wirklich rohe Daten sind, die ich hier übertragen habe. Und ja, natürlich, rohe Daten kann ich jederzeit irgendwie verändern, wenn ich das möchte. Ich kann auch einfach hergehen und selbst diese Daten an den Server schicken und im Auftrag von jemand anders quasi arbeiten. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Sprich, irgendwie Serverbefehle schicken, ist absolut gefährlich und sollte auf gar keinen Fall mit Telnet gemacht werden. Sprich, wenn jemand von euch verlangt, dass ihr euch bei Telnet irgendwie einloggt, dann wisst ihr, ne, lieber nicht. Ist im Endeffekt dasselbe wie mit unverschlüsselnden Webseiten-Traffic, aber Telnet ist ein bisschen leichter zu analysieren, deswegen habe ich hiermit angefangen. Wie gesagt, was Einfaches zum Starten und wenn es euch gefallen hat, dann machen wir vielleicht noch ein paar schwerere Sachen. Okay, jetzt wie könnte man das Ganze fixen? Und dazu will ich mal ganz kurz hier folgende Grafik holen. Wir haben hier TLS. TLS ist eigentlich das, was im Internet der Standard ist. Und ja, die Grafik ist direkt von Wikipedia, weil das einfach die allerbeste Grafik für SSL bzw. TLS ist. Und wenn man sich das hier mal anguckt, dann sehen wir, was hier eigentlich passiert. Ihr habt auf eurem Rechner, auf eurem PC bzw. in eurem Browser drin, habt ihr verschiedenste Zertifikate schon installiert. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Reddit oder Wikipedia oder sowas, sondern eben die von der Certificate Authority. Die findet ihr zum Beispiel hier. Zertifikat gültig, aber wer genau sagt das? Naja, Let's Encrypt. Und Let's Encrypt ist ein Zertifikat, das bei uns auf dem System installiert ist. Und Let's Encrypt bescheinigt quasi dem, der mir hier gerade diese Grafik geschickt hat, dass das wikipedia.org ist, also sternchen.wikipedia.org. Ja, und sternchen.wikipedia.org ist genau das, was ich hier aufgerufen habe, sprich, ich bin bei der richtigen Adresse. Und was ich jetzt mit dem Zertifikat machen kann, weil das im Endeffekt hier innen drin steht quasi, ein bisschen weiter unten sogar noch, Also hier im Endeffekt im Zertifikat selbst steht dann quasi drin, yo, das ist der öffentliche Schlüssel von wikipedia.org. Also kann ich hergehen und kann Sachen verschlüsseln, so dass nur noch wikipedia.org diese Sachen lesen kann. Und damit verschlüssel ich einfach einen Schlüssel, im Endeffekt einen asymmetrischen Schlüssel, also einen öffentlichen Schlüssel, schicke den an wikipedia zum Beispiel. Und ja, dann hat wikipedia auch meinen Schlüssel. Es ist ein bisschen aufwendiger. Ich habe das auch in einem anderen Video ein bisschen detaillierter erklärt. Ihr könnt euch gerne das Video angucken. Das hier ist jetzt wie gesagt nur ein kurzes Wrap-Up. Und dort, wenn dann wikipedia meinen Schlüssel hat, können wir quasi einen symmetrischen Schlüssel austauschen, können dann danach AES-Verschlüsselung machen, die wirklich quasi so schnell ist, als gäbe es keine Verschlüsselung. Also das merkt man in der Performance überhaupt nicht. Und damit habe ich natürlich hier eine direkte Verschlüsselung zu wikipedia.org. Das heißt, ich kann verschlüsseln für Wikipedia und Wikipedia kann entschlüsseln und für mich verschlüsseln. Und das ist natürlich genau das, was ich eigentlich heutzutage haben möchte, damit eben niemand mehr Daten lesen oder manipulieren kann, der nicht an der Kommunikation teilnimmt. Natürlich kann Wikipedia immer noch behaupten, ich hätte was anderes geschickt, aber naja, im Endeffekt, warum sollten sie? Und jemand, der zwischendrin ist, der hat natürlich hier keinen Einfluss mehr drauf. Das heißt, der könnte mir jetzt hier nicht 21st Century Fox oder sowas reinschreiben und eben, ja, nur das anzeigen, was auch wirklich rumkommt. Also das heißt, ein Angreifer kann hier quasi nichts mehr machen. Und das ist die Variante, wie ihr Telnet weiter nutzen könntet, aber da es eben schon andere Standards gibt, wie eben zum Beispiel TLS Version 1.3, gerade aktuell, greift man normalerweise nicht mehr auf Sachen wie Telnet zu, sondern benutzt eben bestehende Implementierung, wie eben TLS auf TCP direkt. Also TLS ist quasi das Verschlüsselungsprotokoll und das greift direkt auf TCP zu. Warum sollte ich dann noch irgendwie Telnet oder sowas verwenden? Jo, das war es erstmal von meiner Seite. Lasst mich gerne wissen, ob es euch soweit gefallen hat. Es war ein bisschen eine andere Challenge in dem Sinne. War an sich übrigens auch ungescriptet für die Leute, die dachten, ich habe mir jetzt hier ein mega das Skript geschrieben. Nein, es ist tatsächlich auch ungeschnitten gewesen, beziehungsweise fast ungeschnitten gewesen. Ich habe mir nur hier kurz diese TLS-Infografik hier auf dem Bildschirm geholt. Das war alles. Und das habt ihr nicht mitgekriegt. Das habe ich quasi rausgeschnitten. Alles andere war ungeschnitten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen soweit, weil, naja, es hat sich, glaube ich, nicht so angehört. Wir werden uns trotzdem wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.